Wenn ihr die Schule schwänzt, kann die Polizei vorbeikommen. Es ist 6.30 Uhr morgens. Die Mission der zwei Beamten in Zivil, Schulschwänzer aufspüren. Sucht doch mal nach echten Schwerverbrechern. Und nicht irgendwelche Schüler, die keinen Bock auf Schule haben. Wenn wir zu spät sind, sind die Eltern oft nicht da oder die Jugendlichen machen nicht auf. Deshalb versuchen wir so früh wie möglich in der Wohnung zu sein. Stellt euch mal vor, ihr werdet morgens geweckt. Und das erste, was ihr seht, ist... 7.45 Uhr in Berlin, Neukölln. Jeden Morgen begrüßt Schulleiter Roland Häkler seine über 730 Schüler persönlich. 730 Schüler persönlich grüßen. Morgen, 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 Morgen. Eine Legende besagt, dass er immer noch Morgen sagt. Es ist so, dass die Schüler auch, wenn sie persönlich begrüßt werden, gerne in die Schule kommen. Ich war ein notorischer Schulschwänzer. Aber seitdem der alte Opa mich mit Morgen begrüßt, gehe ich gerne in die Schule. Wieso ist der eigentlich noch kein Meme geworden? Wenn man mich fragt, wann ich anfange zu lernen. Morgen. Wenn die Freundin schon wieder keinen Bock hat abends, sagt sie uns... Morgen.